Musik 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 Und in 2021 Kündig bleibt der größte Schöp von 400 Meter lang Ever Given am Sales-Kanal wie Ägypten, der Wehr-Stone, wo der Zolldeich fährt und bleibt der Wehr in der Sperre. Das bedeutet für den Weltmarkt eine größte Krise, wenn es ungefähr 30 Prozent der Produkte durchgehen. Und viele andere Schöp, die mit Tieren belohnt werden oder mit Lebensmitteln aufrufen, muss man nicht wieder fahren können. Einfach wie ein Stillstand, die die Welt einfach Millionen und Millionen Dollar kostet. So ist der Schöp, die Leute nicht anderen fahren. Sie können ans Leben etwas noch schlimmeres passieren, als dass die Kanäle erst mit einem Schöp. Manche Menschen haben den Kanälen nicht Gott, wenn es eine Sünde dort aufbremsen wird. Wird nicht bloß ihr eigenes Verhältnis mit Gott hindertet, sondern das Verhältnis von vielen anderen Menschen. Du sollst Christen sein, den Menschen, fürke wenn es, wie können wir dort anders, wenn es, wie können wir dort abpassen, wie können wir dort anders stehen. Aber eins, wenn die Sünde in der Welt alles aufblockieren. Der Psalmist sagt immer weiter, herrde mich, und ihr seht ihr. Aber ganz besonders, in Psalm 8 sagt uns das folgende, Wann ich wurde anreichend gehandelt in meinem Hort, so würde der Herr mich nicht erheben. Also, wenn du ins Wort benen hast, dann sagt Gott, okay, weil das ist mal real im Leben. Eine heuhafte rechte Maschine, da hat er keine Rechte gedreht worden, eine von diesen wichtigen Maschinen, der heute der Krieg von Jesus Christus. Dort ist er und sagt, weißt du, wenn du das falsch gemacht hast, ich würde dich dort erzählen. Du brauchst nicht mehr diese gewählte Sache in deinem Leben bleiben. Du brauchst nicht immer mehr zu sagen, das ist in meinem Leben so, und das wird es dort bleiben immer. Du kannst dort ändern. Und wenn du das selbst nicht kannst ändern, dann ist jemand, der das kann, Jesus Christus kann das ändern. Gott möchte, dass er uns erheben kann, und dadurch, dass wir eine Oase sind für andere Menschen, und auch ans Verhältnis mit Gott, dass das Kanal einfach frei sein kann, und dort nicht eins, wo eine Sünde dort aufblockieren wird. Was würde denn dein Leben sein, was das kann aufblockieren? Ich habe das eins, was du momentan sagst, das soll ich mal im Leben abräumen. Das darf Menschen, die bliebe, weiß wie viele Jahre mit Last, und die weiß nicht ganz klar, was das soll ändern. Ich sage, aber von dir auch noch nicht, das hat dir was nicht so funktioniert, warum würde ich nur einmal was andere erzählen? Eins, wenn es das teilt. Und wenn du das selbst nicht kannst, das darf genug Menschen, was dir die halbe würde. Und für euch läuft man, aber die anderen sind ja nicht Peter. Nein, Gott wird wahrscheinlich nicht Peter Menschen brücken, aber Gott wird andere Menschen. Gott lädt uns, wenn es in der Krise tagt, und ans Leben, ich kann nicht wieder allein, ich muss helfen, wenn es Gott hat, die Gemeinde hat, das ist ihr gebührt. Und du hast dazu gemerkt, wie nicht alles, auf anderen Orten, wie es denn ist. Das sind Situationen, wo dort eins, wenn uns keinem vorstellt, wo wir einfach in den nächsten Brücken, kannst du bitten für mich, kannst du helfen, wenn es dort euch war wie demütig. Ich will, wie alle selbst, die Leute kennen, dann waren wir uns, wenn sie stolz, dass dort eins, wenn du am Kanal streit geblieft, und dort, dort in uns Verhältnis mit Gott hündet. Gott möchte uns wieder prüfen, und dort, wie können wir zum Sehen sein, und in der Oase, dass uns Kanal frei sein können, und dass andere Menschen dort auch gesehen werden. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!